Letzte Woche konnte ich noch mal ein Matchmaking-Game finden. Ja du musst es richtig lange warten. Ja. Keine Ahnung wie das jetzt läuft, wenn jetzt die Dreamhack-Turnier läuft. Ja dann guck auf richtig 400 und Schatze socken. Weil wir ein Match hier, NIP da. Über 700.000 Leute schon wieder. Warum höre ich alle? Ja Xamay hat jetzt auch einen Dauersenden gerade an. Ja genau. Warum? Ja gerade war ich das, gerade hatte ich Dauersenden. Jetzt hast du das. Ich weiß nicht warum das ist. Warte mal. Scheiß egal, ich müde einfach hingehen. Ja und lass uns alle gegenseitig müde, wir sind ja alle im TS. Das ist aber neu, das habe ich noch nie gehabt. Ja das hatte ich vorne auch mit dem. Das hatten wir gerade auch auf der Warm-Up-Mette. Ja gut, der mutet mich, wenn das geht. Wieso habe ich denn? Gar kein echter. Na gut, dann habe ich Dauersenden jetzt. Ich bin gar nicht der echte. Nicht der echte Apple? Nee. Du kannst mich ja kurz einladen, bis der Channel irgendwie Gruppen hat. So, ihr habt mich alle gemutet, nicht dass da irgendwie... Ja. 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 Ich muss eben kurz mal meine Freundin anschreiben, dass sie nicht die gleiche Menschen reingaben. Die kommt nämlich gleich. Ich habe eine kleine herman mit den gallenbee gedронen. Freune an einfachen Appel. Das imtrad consultation Muyossen und immer irgendwas calle was mitgebracht. Lass mich nicht jetzt meinen Freunde eingeschnung. Eingachenach und... Angenommen. Angenommen sind eigentlich wieder ich den. Alter. Baches. Noo, tauchen. أن ich war jetzt... Ziel einesities. dass du deine mami in den geschenk gehst gott ja gut so was machen wir denn pikadellen schnellen A oder A? ja gut wer von schnellen A ja gut stand ich komm gleich ja wir müssen jetzt erst mal zocken es ist grad wichtig wir müssen ja ok ich liebe dich auf ciao ja sie kommt mal wieder früher also sie erscheint früher sorry wir haben die äh wir haben die einer noch ja eine Screeky drin ok ich hol ich hol ich hol ich hol 2k 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 ach komm schon der ist low was hast du 89 in 8 waaah da hat der Kevlar gehabt das war ungünstig alter du hast den durch den den du gekillt hast durch den hast du dem gegeben 89 in 8 alter alter wiki hatten aber auch den Timelack des Todes ja Achtung recht kurz zu füllen mich erwischt er wieder mich erwischt er wieder hat sie ja er hat seine Waffe ja ja aber wo ist sie oh ich schließe ihn auch auf ok hier liegt eine ich hab sie warte moment 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 kann einer flashen keiner hat einen nade auf highway ist auch keiner ok dann lass gasen wenn die smoke hier weg ist alle hinter der Tür 1 2 2 2 2 Epsilon down und einer von main einer von main der hat mich geneift so ein scheiße einer ist im einer ist im main einer Epsilon und einer war K war K du machst das schon mhm mach einfach hier auf Entfernung 1 und 2 Frags wo du bekommst 1 hast einer ja ja scouts macht es einfach wie auf Inferno warum rush mich zack 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 ich dachte einer kommt von hinten ja er war main ja sicherlich schon wieder unsput gewesen ich bin in die Ecke 2 2 2 3 2 3 4 4 5 4 2 Wollen wir mal B versuchen? Das sind ja nur die Echos, alles cool. Nur die Echos? Ist jetzt auch nicht so, als wären die so übelst gut. Da kommt einer! Da kommt einer! Down! Hast du die Waffe von ihm? Ich nicht. Ich sterbe, ich habe eine TEC. Einer! 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 Von lang! Den Onside habe ich auch gemacht. Einer steht Heffen! Ich mach mal zuerst gleich! Ja, mach einfach! Nice, nice! Ja! Ja! Schade! Egal, für eine Echo war das ganz gut. Jetzt können wir kaufen, jetzt können wir Schellen verteilen. Wir haben einen Plan durchbekommen. Das wäre gut. Firm has been defused. Counter-Terrorists win! Oh! Ich glaube die können B nicht verteidigen. Soll ich dir auch kaufen? Du kaufst mir, äh... Ich hab schon, ich hab schon. Ah, du hast schon. Hat mich einer boosten? Ja, wir sind halt durchgegangen. Du musst nicht in-game! Du musst nicht in-game reden! Ja, ich... Ich spiel einfach so alleine. Ah! Nice! Ich geh mit dir raus! In Main! Oh, einer hat Squeaky gepusht! Das ist bei Squeaky minus 87! Das Blut ist im Main drin, Alter! Ja! Guck da! Blau, der könnte kommen! Pass auf! Wo guckt ihr? Wo ist denn da? Ich hab blau gemeint! Einer on-site! Genau on-site! Einer Short geht jetzt runter, bitte! Das war der Typ, der in den nächsten Mal. Äh... Ich kann Squeaky... Morgen, wenn einer war! Ne, das ist der Typ von Squeaky, aber da kann einem anderen hingemufft sein. Einer kommt, K! Einer kommt! Ähm... Letzter K! Hier liegt der M4 A1 am Epsilon. Kannst du mit dir dann am Ende drunter aufpacken? Er pusht! Er pusht! Er pusht! Er pusht! Ist jetzt im Epsilon! Ist im Eps! Lauf B! Lauf B! Lauf B! Lauf B! Beim Eps hat wahrscheinlich jetzt AK oder M4. Er rafft sich oder er ist durch den Squeaky raus! Jaja... Einer von denen! Besser ein bisschen zurück, weil wenn er dein Mate killt und defused, kommt er noch durch, bevor du da bist. Ja... Oder er wird säfen! Ja, er wird wahrscheinlich säfen! Hast du eben irgendwas reingedrinkt? Äh... Ich mein schon! Du hast da noch einen neuen Lift! Ich werde dich nicht immer mit dem Baum bauen! Bäh! Ich werde dich nicht immer mit dem Baum bauen! Bäh! Bäh! Ja, gerne! Achtung! Sagt wenn ihr boostet! Facht ein bisschen Lärm auf B! Bäh! Tests! Bäh! 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 Er wollte einer durchpushen! Huh! Move rüber! 22 April einer über der Kiste 2, 2 und 8 einer hinter der Kiste und einer von Epsilon Bombe einer im EPS einer Connector Connector Ja, war Connector Ich weiß nicht, wo er hingeben hat Ich glaube ihn NEIN Ich finde ihn genau... Mitte ist er jetzt, in der Halle Ich glaube, die sind weggemove von A Haben die die Bombe gesehen? Nein Achso, die haben die Bombe liegen gesehen, ich habe sie geholt Mindestens einer auf A Bei auf A Bei auf A Sie rusht er nicht, ist er dumm Der geht auf B, weil die sehen ja nicht wo die Bombe ist Die denken, du musst auf B Wir müssen das machen, noch 20 Sekunden Ja, dann... Rush A, Rush A Nice Lol, ich hab dem sogar gegeben Komm Nice K K Ich hab mich jetzt nicht gedacht Jetzt ein bisschen zu viel für mich Ich brauch dann... Ja, was willst du haben? Sag was! Äh, AK Ja Guck mal dieses Englisch an im Chat Why you must CS go not like my A Wird keiner im Hup? Okay Nein, nein Wieso Haben die Mitte gesmalked? Nein, Mitte ist komplett frei, bin Mitte drauf MAAAN Gehen wir auf A drauf Einer steht on spot Is low Is down Fuck Einer ist Ich flashe Auto, Achtung Einer ist noch B Einer am Gabelstabler, Achtung Einer am Auto, er pusht vom Auto, Achtung Wo ist noch jemand? Rechts am Gabelstabler Achtung, ich flashe Achtung Achtung Sehr gut Ja, Junge Ja, Alter Holst du die Bombe, holst du die Bombe Naja, ich bin grad selber nicht besser Bug main Und Bug's main Hast du die Tür auch zugemacht? Ja, ich hab zugemacht Haben die gekauft Die Runde Ja Ja Dann haben sie jetzt nix der Echo Ich glaub der savet schon wieder Äh, die haben nächste, wahrscheinlich mal in die Browse Ja CT spawnen ist er Sicher? Ja Ja, ich hab ihn geho- Hast du ihn nicht gehört? The Bomb is sticking down D by Nee, das gehört jetzt nicht schlecht Ah, ich weiß nicht, da war was Oh Hast du ihn nach der Zeit gekillt? Äh Oh, ich weiß nicht, aber bei CT macht das sowieso keinen Unterschied Kannst du mir nix Ah, falsch Mal eins weiter Mal eins weiter Was ist ein AK das? Naja, hab schon selber gekauft Ach, ich hab den AWE Sorry, das hab ich gar nicht gesehen Brauchst jetzt n... Ja, mach mal Flasche ich raus, Achtung, ich flasche, ich flasche, Achtung No Ah, jetzt ist... Sorry Pasch schon Echt schön Flasche mal Gabelstapler Äh, ich meine Smoker Ich kann den Flasch rauswerfen, ich hab schon Oben drauf, oah, oben drauf wurde... Wahrscheinlich 2F, A der wurde geboostet Ich hab einen auf B down 2 direkt auf A Spot Ja, dann lass B, oder? Wenn nur noch einer B ist Ja Ich komm mal rüber, Ben Da ist nicht mal mehr einer B, Achtung Doch Äh, Heaven Heaven? Okay B frei Ach, ich weiß nicht, ob das der war, der Back dem Ich guck mal Mitte Achso Unterwegs Glaub ich hab... Einer auf B Wend Hab ich Wend gehört? Nee Einer ist main gegangen, glaub ich Ja Guck mal von hinten Ja, wird der T kommen wahrscheinlich Ja Achso Was? Er ist T-Spawn Was? Versteh nicht, Leute Äh, Moin Alter, ist der geflogen, oder was? Wo ist der hin? Der war, ja, weiterhin T-Spawn frei Guck mal links, zwischen dem einen Terrorists win Noll Er war da links in der Ecke Guck Guck Egal Der war klug, der hat euch gemoved Boah, der muss ja bestimmt schon Jahre hinter mir gewesen sein Ich hab's nicht drauf geachtet, aber ich glaube ja Er hatte ne AK, er hatte ne AK Wahrscheinlich hat er die gedroppt Einer Wend rein Ach doch Ich guck mal in der Mitte Nee, hinten links Sag mir, wenn ich reinflasche und so Alter, hier ist mir noch nicht los Einer Wend Einer Wend Äh, das ist noch ein Alter, Aua 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 Fuuuck, Alter Da ist immer noch einer Wend drinne Jetzt ist er down Jetzt ist er down Komm, einer in der Mitte Aua 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 Wie kann sie die Dabit zurück rein, ey Einer CT oder Einer CT Einer CT oder Heaven Einer CT Einer CT Einer CT Hier könnte er nicht machen, ich hab High Ping, Alter Hi Ping, Alter Mist, Hyping, Alter, ihr Bitches Ah, ich被 fullness 40er Ping, was ist das? Ja ich hab 130... 125 ów Ja, im PS habe ich 21 Millimeter gefunden Ja, was ist das denn? Ah, wir werden gerade GB-dosed. Ah, okay. Ja, aber warum nur wir beide? Das ist richtig komisch. Ja, ich muss mal eben gucken, ob ich irgendwas offen hab. Wenn ich sehe, was für den Film geht, den Tester. Ich weiß ja, den Tester wohnen. Hab ich aber nicht. Mal kurz, alles beendet. Ah, es geht runter, es geht runter bei uns beiden. Ne, schön. Nein. Die Kürze oder so? Ja, es ist nicht. Eine, eine Mütze. Jo. Okay, kommt jetzt rein. Kommt jetzt in Richtung. Wer kommt wohin? Oh, scheiße, da hab ich gesessen. Genau von ihm hab ich gesessen. Weiß, wer kommt wohin? Ja. Nein. Mit der Ball um einer. Da stehen zwei Mates von dir und du nadest einfach. Ey, da hat doch gerade einer gesagt, der kommt missile rein. Ach dann könnte es sein, dass der Dropper wieder close steht. Kannst du sagen, ob jemand im Bedroom steht? Kann ich nicht sehen. Siehst du an? Ne, so sehe ich keinen. War mit dir was? Gerne. Vielleicht sind wir boxen. Ja. Ziti, dann geht das was. Ziti. Ich bin oben oben oben. Hat einer noch einen Smoke? Ja. Ja, ich hab auch einen. Ziti, Ziti, Ziti. Okay. Ziti, noch einen. Ziti, noch einen. Ja. Oh, der ist schon drin, der ist schon drin. Oh Gott, was ein Arsch. Pusht er da mit der Arsch rein. Ich hab ihn gerade gesehen, der ist am Hochschrung gewesen. Leute, die haben Eier aus... Weiß ich. ... 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 Ja 2 HWPs! Ja ich kann noch eine kaufen, haben wir 3! Näh, lass mal! Kann ich boosten? Ja bitte! Jemand Bedarf hat? So da war meistens einer bei Squeaky rein, also pass auf! Ja! Meta einer tot? Da ist schon, die Tür ist aufgehoben! Ich fühle es zu! Ich sollte Crew aufgehoben. Golf 70 HWAS Okay wir rushen rein ich flashe. Eins, zwei Ah, jetzt bin ich voll. Ich bin zweimal voll, Alter. Oh, eigentlich ist er... Settel an. Ey, Junge, ich bin schon... Ich verstehe nicht, warum ich auf diesem Planet bin. Bei mir ist es immer noch so leicht, obwohl ich keinen Hornpink mehr habe. Ich habe 30er Ping. Jetzt gerade geht's. Oh, ich hätte nichts sagen sollen. Oh, nein. Ich hätte nichts sagen sollen. Da war ich ja auch gerade. Ja, aber was habt ihr für Internet? Ich habe 5 Stausenerleitung. Ja, ja, ich bin nicht. Ich muss im Spiel liegen, weil im TS habe ich nicht mehr gesagt. 21er. Oh, ich hätte nichts sagen sollen, Alter. Danke. Aber Junge, ich kann einfach 20 Meter springen, ey. Och, eine... Einer, zwei Mitte. Zwei Mitte. Boah, scheiße. Gott, den habe ich ja überhaupt nicht gesehen bekommen. Woher kam der denn? Mitte, beide zu uns. Sehr gut. Ist A clear? Ja. Einer Zette. Einer kommt, Auto. Einer steht, Auto. Oh, mit. Sorry, Alter. Sorry. Einer, Auto. Einer in die Mitte. Einer in die Mitte. Einer in die Mitte. Einer in die Mitte. Sorry, Alter. Wo ist, nee? Das war nicht ich. Ah, Alter. Ah, Alter. Oh, nee, weil der deine AWP hat. Jetzt geht's wieder vom Ping hin. Sag das. Das ist nicht meine. Eigentlich. Warte, lass sie wieder so brandiös smocken. Sie haben Mitte gesmockt. Oh, ja, sie haben, glaube ich, wieder perfekt gesmockt. Echt, nein, sorry, Bro. Kein Problem, ich habe noch A shame. Du bist einfach da rechts auf. Einer. K. Ich habe zwei Hedges des Todes bekommen. Und einer Epsilon. Einer Epsilon, einer K. Einer genau aus, genau aus. Da, wo Standard bleibt. Warte. Einer ist auf jeden Fall noch on site, rechts. Wapps. Ich höre ihn schon die ganze Zeit. Ich habe gerade die zwei B-Snap-Shots meines Lebens kassiert. Lass mal wieder auf B gehen. Ja, Manni. Na, Manni. Guck mal, Mitte. Mitte pusht gerne immer einer, pass auf. Ja, ich guck dann. Ich höre zwei B-Down. Bist du, wenn ich ein gemoog? Bist du, wenn ich ein gemoog? Ja, ja, ja. Ja, okay. Einer Mitte so. Zauber. Einer. Hier kommt von hinten, glaube ich, von 10. Nein. Heaven war... Du packst die Pro-Tactics aus. Welche Pro-Tactics? Fass doch du, oder? Mit der... Fahne. Zwei Unicorn. Was denn? Das ist gegen SG, ey. So ein ROTS würde ich nie spielen, Alter. Verbinete sie eigentlich automatisch mit einem anderen. Warte, weil die Puschnow kennen hier durch. Einer, einer oben. Einer ist, äh, bei B schon on-site, in der Smoke. Aus. A ist clear. A ist clear, meine Freunde. A ist clear. B ist der B auch. B ist der B auch. Ja, lass doch... Einer lebt noch. Ich bin jetzt B. Los! Alter, ich will das Laufresdaufer sein. Der war hinter mir! Das stand in der Ecke! Ja, wo ist der denn? Ich schaff's nicht. Ich bin noch mal voll erschrocken, man. Ich dachte, ich hab eine G-D-Kunde. Da läuft einfach vorbei! Ich hab den komplett abgeschraubt Ich hab schon gedacht, warum schießt denn wenn er ist Ja, ja, also hört sich nicht gut Booschemitte Jemand darf über Ach, kann ich flashmitte raus Keine Ahnung, jemand hat doch Booschem geschrieben Äh, geschrien Ich hab gesagt, ich kann nicht mit dem Boost Okay, einmal mit dem... Ich check ihn, ich check ihn Er gibt ja Er gibt noch 68 Er hat mir instant beim Durchmuffen gekehlt Einer Law Okay, vor dem Squeaky Oh, Kuna Ah, Dankeschön Immer noch einer Law Einer beim Main Einer ist Epsilon Epsilon Einer Einer ist Einer mit A Einer ist Einer mit A Push den raus Kommt da da rein gepusht ins Geaky Geht wieder zurück 10 Sekunden automatisch aus Okay Klatscher Kick, ne? Pass auf, ich weiß, was bei denen im Kopf vorgeht Ich weiß, was bei denen im Kopf vorgeht 45 Sekunden Einer hab ich 68 gegeben Ich counter jetzt ihre Counterlogic Pass auf Und was ist sie, wenn die das countert? Dann haben sie meine Counterlogic Ich gecountert auf gecountert Tja Tja Okay Counterlogic, 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 counterlogic Ich weiß, wann es rausgehen Nein Hätten sie noch nicht mal gehört Einer Drei Zwei Eins Los, mach's auf Sonst hast du keine Zeit mehr Drei Drei Gott Halt Und den Kisten, aber dass der dich noch nicht gehört hat Ich spiel A Ich geh Ich hab jetzt gedacht, ich hab jetzt wieder B Alter, die soll B überhaupt Ich guck mal Mitte Ich geh sonst auch mit B Relativ wurscht Der hat den Schellen ausgeteilt Der hat jemand einen Arme gekauft Er hat jemand einen Arme gekauft Er hat jemand einen Arme gekauft Er hat jemand einen Arme gekauft Wollen wir tauschen? Wir haben einen Arme Nein, nein, ich kann USB spielen Ah Ich auch Ich auch Lass ich mich nicht nehmen Das ist nur Die Eins hier Die einzige Runde Die einzige Runde Growing a Grenade Banner welche? Nein Main Steps Main Steps Einer Es ist alles Junge Einer 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 Zwei Blenden Ja Einer 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 Am Hit sozusagen Ich geh raus Die merken dich Ah Nein 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 Ich hatte den Plan Der Plan Der Plan Ich hab dich da nur rauskriechen sehen Ich hab dich da nur rauskriechen sehen Ja ich hatte den Plan Ich hab gedacht die sind jetzt auf Highway fokussiert Dann neige ich den, lauf ins Epsilon Ich kann halt von hinten aufbauen Aber Irgendeine Dude muss ja squeaky gucken Jeder guckt squeaky In so einer Situation Werde ich hier getroffen von der Scheißbombe? Ne Ich sollte eigentlich nicht Pushen Die pushen dich eh Der hat sich einfach vorstellen müssen dass du ein Ninja wärst, dann wärst du nicht gestorben Multiforcen oder? Ehm Ne Wir haben noch Zeit Ah Ok Ja ne Let's go people Eps Ich hab gedacht der kraft sich nicht weil ich hinter ihm stand Einer vb Einer Einer mitte Vielleicht pusht er Vielleicht kriegst du den ja Drei main Drei main Drei main Vier main Drei main Einer hat testen Oh god Einer war schon CT Uti Einer hat Einer hat Okay Leute Das ist feministisch Du hast ja auf Inferno auch so entficken 4K gemacht Oh jah Jetzt nochmal Komm das ist ein A's ja Das ist dein A's jetzt Clutcher Kick Ah, das war der Klappler. Ich hab gesagt, Klappler Kick. Oh, das zieht doch nicht mal durch hier. Ich hab kein Problem. Ich hab das schon oft genug durchgemacht, ja? Vielleicht wird zumal nix. Let's go! M9? Ich wollte deren Englisch, Junge. Die aus dem Buch. Klasse, ne? Aus dem Deutschbuch. Einer schon wieder, minus 14. Die gehen, Ben. Einer steht mit und einer... Was? Wieso ist der nicht verreckt? Was? Wer ist denn A? Die war einer A. Okay, guck mal, habe ich eine AWP in der Mitte. Okay, die haben sie jetzt gepickt. War hä? Irgendeiner war A, der hätte mich von Highway geholt. Wollt ihr alle kaufen, oder? Ja. Ja. Äh... Gut, wir machen Sprawl-Taktik, oder? Äh... Du boostest mich. Ja. Dann kannst du mit dir unterstützen. Wo gehst du hin, Kuna? Äh... Mitte, oder wolltest du... Let's move out! Na dann mach, mach, mach. Naja, du hast gleich Unterstützung bei der Mitte. Deploying Decoy. Die muss perfekt liegen, ne? Sonst klappt das nicht. Throwing Smoke. Ja, sehr gut. Einer vor B mit AWP. Ah, warte. Muss mich posten. Ne, andersrum. Da sind zwei Schritte mit L2. Da ist noch keiner. Gleich Schmitte. Gott! Was mach ich dann für Scheiße? Der Bombe B, ich GB. Also, ich werde. Bombe B. Oh, den Zweiten hab ich doch noch. Lol, die treffen mich ja nicht. Bombe B. Ich bin im Bench. Ich hab keinen Schuss mehr mit der M4. Gib mir ne Waffe. Stirb! Ah, nein. Einer noch im Garten, einer im Garten. Letzter ist minus 90. Letzter ist minus 90. Brauch ne Waffe. Wo ist der Typ? Oh. Ah ja. Seid dir ab. Jetzt hab ich ne AWP in die Mitte und da kommt keiner. Boah ey. Das ist mal ne Aktion, dass ich die überhaupt gekriegt hab. Keine Ahnung. Okay. Bleibt da jetzt gerade ne AWP liegen. Ne, 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 ich nehm dich nur. Keine Angst. Ne. Okay, okay. So geht nicht schon streng, Alter. Hätten mir mehr als weh getan. Oh, die ist. Wieder ne AWP. Toxic. Er wird wahrscheinlich Main. Einer ist immer noch Toxic. Warum hat der Privat? Vorfall. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Der drückt zur Umfindung. Mitte ist einer. Einer ist Main. Einer hat noch... Warte, ich versuch den mit... Nein! Einer hat noch 17. Wo sind die alle? Einer ist Main. Einer ist Mitte. Einer ist Mitte. Wo hat der gedrückt? Durch ne Wand. Der Typ drückt übertrieben krass. Der hat mir gerade einfach ein Umdrehen-Handshirt gegeben. Vor allem der hinten. Der hinten runde übrigens gefüllt. Aber naja, egal. Willst du hier in Mitte gehen, Sunny? Ja. Ne, ich mach weh. Okay. Jetzt hole ich mir diese blöde, dreckige Arbe da. Komm, zeig dich, zeig dich! BEP, ähm... Drei! Fieher Main. Nein, drei Main. Boah, eine ist Mitte mit Arbe. Halbe mit Arbe! Ne, ne, ich hab nichts. Sicher nicht, eine ist halbe mit Arbe. Erstmal vielleicht besser Abschiechen sollen. Der war nur nicht halbe, ey. Der jetzt ist der Halbe. Ich hab ihn sogar getroffen. Alter, ich hab zwei Fricks gesehen. cool okay das war cool, das war lustig ich weiß nicht dass der Notorious Backup hat ECO ja ECO weil ich hätte richtig das hätte vielleicht ein Ace sein können was ich gemacht hab weil ich hatte eine richtig geile Pose ich war auf einmal im Epsilon ja hätte ich auch gemacht ja hätte ich auch gemacht nur ich hatte keine oh lol einer mit Grenade out er hat auch keinen defuse mit jetzt einer vb down lol sagt doch einer ich hab doch gesagt da kommt einer von Main einer am Auto der kam nicht von Main der kam von Highway scheiße ein bisschen erschrocken alles ist super, noch führen wir wir können gleich kaufen der ist ja ganz stumpf dahin gelaufen oder? ja die haben dich schon geworfen also die wissen wo du bist mein nicht aber das ist uncool jetzt aber warum wollte ich mich nicht pushen neben nach Mitte? ja hier das ist ein bisschen das ist ein bisschen fast zu wählen ah krass ok ok ähm kannst du mir die AK oder willst du AK ne ne passt schon gut ja du bist vorne ja ich kann die nicht so gut ja es ist ein bisschen weit vorne ja fast trotzdem aber die können trotzdem nicht durchgucken äh wahrscheinlich schneller A ja wird schneller A Achtung Luke dre dich mal weg dre dich weg ich bin dauerhaft blind alter zwei äh zwei Main äh drei alle A sind die schon Onspot? über die über die sind die schon Onspot? ja zwei Onspot einmal er plantet er plantet alter der sehr gut war ein Idiot sehr schön deswegen hat er mich nicht gekriegt wahrscheinlich nein mach jetzt hab ich eins aber mach ich sie durch da liegt eine Aave auf ich habe die Aave ich hab die Aave oh leil die Aave nicht auf ihm er weiß nicht aber er ist eine Mische Luke sollte ich nicht Busen ah ey, warum warum ich verweckslich das Einbahn immer mit Luke Weil unser Name ist in der E-Mitte, 2-Mitte, ich glaube, ich bin von mir weg. Oh Gott. Einmal leise gedreht. Einer Connector. Stop B, Stop B, Bombe B. Luke schieben. Da war hier einer ebenso. Jaja, trotzdem. Deploying. Oh, natürlich kommt sie genau dann. Minus 66. Hat jetzt die Bombe sich geholt. Defuse Kit. Bomb has been planted. Ich glaube, ich gehe einfach auf Exit Frags. Ich bin ja bei den Staaten, aber... ... noch frisbert. Irgendwann werden nach hier hin laufen, dann stelle ich mich einfach hier hin und holen... ... ein bis zwei Frags. Ja, komm schon. Oder bei ja. Alter, was? Hat der mich gesehen? Hab ich Sound gemacht? Nein. Hat der auch einen Privat Profile? Nein, aber... ... 2-Mit 54. Eigentlich voller Elektrik. Der Rocket Leach drauf. Ähm... Ja, aber naja. Go, go, go! Warst du auf B oder auf A? Ich war auf B. Das ist doch wie ein Witz, ey. LUL! Durch die Wand. Noch zwei Mitte. Einer Booster. Da ist doch wieder da. Einer kommt Highway. Einer hat 50, kommt jetzt Highway. Einer Mitte. Einer Yellow. Einer Epsilon. Nice. Bombe Down Mitte. Ja, hab ich ja gesagt. Von Highway kommt einer jetzt. Guckt Mitte. Achtung Connector. Du stehst. Gibt's Schäden. Er ist schon echt am Rollen. Nein. Okay. Ja, der nicht steht. Flashbang. Ach, die Öffern an. Ah, aber das ist nicht cool. Nein. Ich denke es nicht. Hast du übrigens kein Diffusion Kitsch? Da hat er einer auf A1. Kein Diffusion Kitsch? Gar nix. Nee. Nee, das weiß ich nicht. Kade. Hier ist運. Kade. Hier ist Schäden. Brauchst ein Drop? Ja, gib mal eine Diegel. Du kannst mir auch eine dropen. Kann ich damit hergehen oder was? Ja, mach das. das hat sonst auch immer wunderbar funktioniert bitte 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 wir müssen uns jetzt mal anstrengen alter wir können nicht noch ein lose haben zwei main zwei main achtung bei steiner mit beim kursen ja das ist doch komm mal von der hat an der hat mich durch die smoke wieder geholt ich stand aber ich stand aber mein Name das ist doch nicht der Name Achtung, Samy, keine Steps. Ja, danke wenn es etwas sei. Das ist kaum so schade. Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Ja, loben keiner. Alter, dieser Puddins da. Ich glaube der hat angemacht, oder? Weil guck mal wie krass der immer... Guck mal wo ich zähle, ich stand, alter. Er ist direkt da um die Ecke gelaufen. Der ist nicht mal hier. Er hat voll den Leid in der Account eigentlich. Können wir kaufen? Ja, müssen wir. Sehe vor der letzte Runde. Ja, dann gehe ich wieder mit und mit Arme. Einer VB. Perfekte Smoke. So safe wieder A. Safecar? Nein, aber... Ah, einer B, mindestens einer B. Einer Mitte. Achtung, stehen nicht so auf. Einer, einer hat den Wechsel. B ist da, vorbedaunt. Also einer da nicht, er ist an mir vorbei gesprungen. Noch einer unter, unter Heaven. Geht Richtung CT. Unter Heaven CT. Ich bin unterwegs. O-O. 69 der THP. O-O. Nein, das ist... ... 9,60? Er ist 96. Ah... Junge, die Aufregung, die macht mich schon kaputt Jetzt spiele ich was für Fokus, Alter, jetzt kann ich aber keine Zahlen mehr lesen Hat echt gerade gekonterniert Grab your gear and let's go Throwing smoke 1 AVB Ist wieder zurückgegangen Blink der smoke Squishy ist nicht offen Bombay ist Mitte Einer main, Achtung Main low Einer squeaky, einer main Einer squishy Achtung Bombay ist immer noch down Ja ich komme Ich glaube sie sind B oder B Da ist noch einer Einer lebt noch Naja das ist der mit der Bombe Ja ich habe 17 AP Bleib auf A Ich glaube der ist A gegangen Bleib trotzdem auf A Ja Er ist main Pass auf wir kommen jetzt main Minus 6,50 Oh nein das ist einer von dir Der letzte ist main Ja er steppt main Oh lol Nice Negev lol Sehr schön Einer will die? Nein ich will die shit Er will schon ne negev, Alter Na klar Kann mir einer troppen? Da kam ich Ja M4 Ich glaube schon jemand Ja Ich glaube schon jemand Lock and load Lock and load So komm Dicke wenn wir den haben Ich 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 Ja Einer in der Mitte P Terr top Off B Drop Text Drop Text Drop Text Drop Text orno Flush B Also noch nicht auf B aber vb Achtung 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 ieza Einer noch später Ja der ist ähxico Einer Main Einer main minus 3 Also hat noch 3´s Leben Bombe ist Main gewesen 30 HP Einer ist Creaky raus 2 Main 2 A Kommt der Connector 2 A 1 Low Mitte ging T Einer ist noch Low Einer hat noch 30 HP Ja und der andere ist auch noch Main Ja einer ist Nur einer auf A Einer war Mitte Go 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 Run Einer Highway Highway Hinter dir Let's a Low Let's a Low Nein Fade Viel Low war da Ehh Ehh Oh Leute Da war ja richtig richtig Low Oh nein Oh Scheiße Komm auf das Unentschieden Wollen wir Mitte rushen Ich würde sagen wir spielen normal Das haben wir noch nicht gemacht Das wäre Decoy is out Ja das ist jetzt mit den MPs eigentlich die beste Lösung Nein gewartet Aber nicht wenn die AWP haben Ok die haben Mitte geflasht und geschont Throw in flashbang Main Main kam ne Ein Molotov Nein mein Mauspad war zu Ende Ähh Achtung Einer onsite Zwei onsite Oh no Noch einer Beim Auto vielleicht Einer kommt Main Einer geht Main ran Dumpitz Ja easy Leute Zwei sind mein Zwei sind mein Mh Ahh Ja Hn Irgendwann der Tiefler hat mich denn so komisch gedrückt Ach was ein Rotz Alter Komm fickt euch Alter Das war immer ein richtig Scheiße Mensch ey War so gut am Anfang Are ihr Ja der war MG2 natürlich immer supreme oder sowas witz alter aber ich glaube ich hole mir jetzt erstmal was zu essen wie lange macht ihr Pause oder macht ihr dann eine ganze Zeit auch nicht ich mache eine rauchen gehen seit dem Land von Leuten wenn der sowieso noch kurz zurück geht ich bin wahrscheinlich in 10 Minuten 15 Minuten wieder da ja in der Zeit bin ich dann auch wieder da dann würde ich sagen lass um ja lass doch um halb wieder da sein alle alles klar ja spätestens